Herr Premierminister, es ist eine große Freude, hier in Marokko zu Gast zu sein. Das Königreich zeigt sich von seiner größtmöglichen Gastfreundlichkeit. Heute 240 Jahre Beziehungen zu Marokko, diplomatische Beziehungen. Und dieses Jubiläum nutzen wir beide, um unsere Beziehungen auf eine neue, höhere Ebene zu stellen. In der Deklaration sind wichtige Themen enthalten, einerseits die wirtschaftliche Zusammenarbeit und gleichzeitig aber auch die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, vor allem dann, wenn es um den Kampf gegen illegale Migration geht. Gegen Terror. Zusammenarbeit basiert auf zwei wesentlichen Faktoren. Auf Freundschaft und Vertrauen. All unsere Treffen haben das gezeigt. Wir haben substanzielle Fortschritte erreicht, dass wir die Zusammenarbeit gerade in Sicherheitsfragen auf ein neues Niveau heben, indem wir regelmäßige Treffen unserer Institutionen vorgesehen haben, um eben rasch agieren zu können, wenn es Probleme gibt, wenn es darum geht, rasch auch marokkanische Staatsbürger zurückzubringen, die nicht in Österreich bleiben dürfen. Und gleichzeitig ist uns beiden Staaten wichtig, die Zusammenarbeit so zu stärken, dass wir vor allem im wirtschaftlichen Bereich neue Möglichkeiten erschließen. Das Königreich Marokko ist ein Hoffnungsträger im Bereich der erneuerbaren Energie, wenn es darum geht, grünen Wasserstoff zu produzieren und damit wichtige Energie für Europa. Darüber hinaus wird Österreich seine Brückenbauerfunktion in die Europäische Union weiter nutzen. Einerseits um die Anliegen Marokkos als nordafrikanischen Staat sichtbar zu machen, aber vor allem auch, um die Kompetenz und das Wissen und die Erfahrung Marokkos zu nutzen, wenn es darum geht, die Politik der Europäischen Union gegenüber Afrika zu stärken und auszubauen. Ich habe den Premierminister und seine Familie eingeladen, Österreich zu besuchen. Als sichtbares Zeichen, dass die Freundschaft zwischen beiden Ländern jetzt, wie gesagt, nach 240 Jahren neue Energie bekommen hat. Wir verfolgen wichtige Ziele gemeinsam und werden das auch jetzt dann in konkreten Taten gemeinsam umsetzen. Und darauf freue ich mich. Auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke sehr. Danke. Heutzutage hatte ich also die Ehre, einen Bundeskanzler von Österreich empfangen zu dürfen. Also er hat uns also hier besucht mit vielen Delegationen, darunter auch Geschäftsleute und verschiedene Minister. Heute den 20. und 40. Jubiläum der Beziehungen zwischen Marokko und Österreich. Und wir haben also diese Beziehungen, die zeigen, dass wir also gute, freundschaftliche und solide Beziehungen haben. Also unter der Schirmherrschaft der König Mohammed VI. Und auch dank der Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidenten von der Belen. und diese auch treffen, also ist eine Gelegenheit, dass wir unsere Beziehungen zwischen uns also verstärken. Und wir werden ein gemeinsames Abkommen zwischen den marokkanischen und österreichischen Unternehmen. Und das war auch eine Gelegenheit, dass wir, also eine besondere Zusammenarbeit mit Österreich, die 1921 bereits ein Abkommen, ein Industriebereich, und seitdem sind wir dabei, diese Arbeit zusammen fortgesetzt. Und wir haben auch verschiedene Themen zusammengesprochen. Zum Beispiel über Sarah und auch diese Zusammenarbeit zwischen Parlamentariere und auch über Immigration und über Richtlinien. Und was ich dazu noch sagen muss, dass wir werden eine Zusammendeklaration hier beöffentlichen zwischen Marokko und Österreich, also der verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit erwähnt werden. Und wir haben am Ende gesagt, dass wir überzeugt sind, dass wir mehr Zusammenarbeit verstärken müssen. Und dadurch müssen wir diese 240-jährige Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen und Bereichen verstärken. Und ich bedanke mich, Herr Bundeskanzler, für Ihren Besuch hier bei uns in Marokko. Sie haben ein Abkommen mit Marokko unterzeichnet. Es scheint vor allem um illegale Migration und Sicherheit zu gehen. Aber was konkret ist da vereinbart worden? Zum einen war der Besuch wichtig, um eben auch das Vertrauen beider Staaten auszudrücken. Wir sind erst das zweite Land nach Spanien, das so ein Abkommen überhaupt erreicht hat. Ziel ist es einerseits tatsächlich, Marokkaner, die nicht in Österreich bleiben dürfen, schneller zurückzubringen in die Heimat. Und auf der anderen Seite geht es aber auch um die Zukunft, um wirtschaftliche Kooperation. Es geht darum, dass wir an die Energiezukunft denken. Marokko wird besonders eingestuft in der Frage der Produktion von grünem Wasserstoff. Das sind wichtige Fragen, nicht nur für Österreich, sondern auch für Europa. Sie haben auch gestern schon gesagt, Sie wollen einen stärkeren Schwerpunkt auch auf afrikanische Länder, nicht nur auf Nordafrika legen. Ist das auch der Versuch, unabhängiger zu werden? Zum Beispiel von China, von Russland und Co. Eben bei den Fragen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben. Aus österreichischer Sicht gibt es drei wichtige außenpolitische Schwerpunkte jetzt. Einerseits eben Afrika. Ein Schwerpunkt, weil Afrika ein junger Kontinent ist. Auf der einen Seite mit unglaublich viel Rohstoff und aber auch jetzt vielen Möglichkeiten und Potenzialen. Schon grüner Wasserstoff erwähnt. Gleichzeitig Asien. Wir sind derzeit nur von China abhängig. Aber es gibt viele andere interessante asiatische Staaten auch. Damit wir dorthin kommen, dass wir mehrere Anbieter haben, braucht es jetzt die verstärkte Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite auch noch Südamerika. Südamerika ist ein Kontinent, der auch da für Europa wichtig sein kann. Der Wirtschaftsminister arbeitet jetzt sozusagen den Bundeskanzlerbesuchen nach und wird hier vertiefend jetzt Wirtschaftsgespräche, Wirtschaftskooperationen führen. Ich habe jetzt schon eine Wirtschaftsdelegation mitgehabt und genau das soll das Ziel sein. Ich komme noch einmal auf illegale Immigration und das Abkommen zu sprechen. Es hatte schon seinerzeit der Justizminister Brandstetter, das war noch zu rot-schwarzen Zeiten, eigentlich dieses Abkommen angestrebt, dass man Inhaftierte, also marokkanische Inhaftierte in Österreich zurückführen könnte nach Marokko, damit sie hier ins Gefängnis gehen. Haben Sie das jetzt besiegelt? Auch da ist tatsächlich ein Fortschritt gelungen und zeigt auch da wieder die Vertrautheit jetzt zwischen den beiden Staaten. Es wurde das Übereinkommen jetzt vorunterzeichnet. Das heißt, es ist tatsächlich möglich, verurteilte marokkanische Straftäter in Österreich nach Marokko zu bringen und dort können sie dann die Haftstrafe absitzen. Dankeschön. 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 Dankeschön.